So, ich habe nicht viel Zeit. Ich bin auf Jagd nach einem gefährlichen Verbrecher. Vielleicht ein Foto zunächst? Und nun stelle ich mich den Fragen. Herr Kommissar, könnten Sie uns vielleicht einen kleinen Teil aus Ihren Memoiren schon mal vortragen? Selbstverständlich. Ich habe aber noch einen einzigen Satz. Ich bin nicht als sagewohren. Ich musste diesen Beruf erlernen. Herr Kommissar, ich höre nur jedes dritte Wort. Oh, das kann natürlich daran liegen, dass hier jedes Silbe, also mehr sehr, aber ja, manchen. Null Null Schneider ist zurück. Endlich. Motherfucker, yeah, motherfucker, motherfucker, motherfucker. Null Null Schneider im Wendekreis der Eidechse. Eidechse, Eidechse. Kümmern Sie sich niemand um den Koffer hier? Diese verdammten Verbrecher. Aber ohne sie wäre ich sicherlich arbeitslos. Und würde sicherlich schon Harz 9 oder sogar 10 bekommen. Demnächst im Kino. Untertitelung des ZDF, 2020